Was bin ich da? Ah ja. Pathfinder, Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Arschon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arsche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle, oder? Die Kavallerie. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde sie schon finden. Arzt, Steuerbord. Volle Kraft. Käpt'n, Käpt'n, was ist los? Wir müssen weiter. Na los! Das ist nicht die Hyperion. Die Katt postieren Truppen, um den Arschon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Eine gefährliche Taktik, Kandros. Er hat recht. Wenn Sie zwischen Ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf Sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Achtung, Sie kommen in einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Ich orte vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Dann gehen wir eben zu Fuß. Der Arschon wird Meridian nicht klingeln. Der Arschon muss schon drin sein. Er wird Serra benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Er wird Serra benutzen, um Meridian zu machen. Er wird Serra benutzen, um aufienst. Er wird Serra benutzen, um Sie zu machen. Cap Landungsschiff, Achtung! Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt Sie. Cadera ist auch hier. Vergessen Sie das nicht. Verstärkung veraktiviert. Da kommt die Verstärkung, die wir gesammelt haben. Geh mal weg. Senden Sie den Ausschaltcode. Um den Primus kümmern wir uns später. Ausschaltcode eingesetzt. Die Haupttriebwerke am Schiff des Primus fallen aus. Es würde so aussehen, als wäre sie sabotiert worden und das würde unser Vorhaben erleichtern. Was anschießt, die uns in der Karke. Ha! Äh Die anderen paar Feinde Gehen Sie rein, Pathfinder. Wir halten Sie hier draußen von der Hyperion fern. Kümmern Sie sich um den Archon. Verstanden, Pathfinder. Treten wir dem Archon-Energy ab. Tempest, wir folgen dem Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach Ihnen. Wow, Energiespitze! Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Na dann, los. Na dann, los. Ich... Ha! 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 Vettra Söldner zeigen es den Cat, Pathfinder. Wir halten zusammen. Ist das zu fassen? Ha! Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vermichtet. Dann machen wir ihn eben fertig. Setzen alle verfügbaren Kräfte ein, Pathfinder. Das stimmt nicht ganz. Sparen Sie sich Ihre Pedanterie für die Siegesfeier. Ihre Befehle sind klar. Die gesetzliche Spezies muss aufgehalten werden. Sie haben gerade einen Rauch. Verstander. Aber Sie brauchen dort einen Druck. Und Sie sind im Sinne. Die Cap greifen an. Achtung! Können wir sie aufhalten? Frau Droma Security im Einsatz. Ich kämpfe hier an der Seite unseres Cousins. Gemeinsam. Sollen Sie das mal einatmen? Wir sind zu wenige Pathfinder. Wir riskieren nur Ableckung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Wir sind hier vor den Nadenspitzen. Ich sehe nur die Nadenspitzen. Ich sehe nur ab, die sind in den Nadenspitzen. Wir werden Sie aufhalten. Ich sage nur an einem Schienenkaufsgrad. Wann ist die Hand aufhalten? Der Freistet. Er hat sich auf die Anrufe. Die Tausendung. Wir sind gegen den Dramatoren. Der Speziesseer. Nachrichtenverhalten. Ah, da runter. Das ist wie ein Dabyrinthlauf hier. Der Pathfinder kommt, für die Zukunft der Kett, die Erlebnissen hier. Wim du, da haben bestimmt kein Zweifel vor dir. Pathfinder, die Besten der Passero unterstützen Sie. Das freut mich sehr. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Ein ältester, konzentrieren Sie sich auf den Schildgenerator. Der Aufstieg macht uns gut und alles, was uns ausmacht. Das war der älteste. Wir können bei Ihnen bleiben, Pathfinder, bis der Bereich gesichert ist. Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann, dann können wir irgendetwas tun. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Käpt'n. Alle in die Kryo. Los! 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 Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Gehen Sie aus dem Weg. Ich kann die Brücke biotisch abschirmen. Ich muss nur nahe genug ranzen. Die Schläfer haben Priorität. Festhalten! Es war mir eine Ehre. Los! Los! Dattländische Bruchlandung. Sauber gelandet. Käpt'n Dunn! Käpt'n Dunn! Ich bin noch hier. Kryo-Kapseln intakt. Danken Sie den Pathfindern von mir. Und legen Sie den Archon um. Nichts lieber als das. Hören alle zu? Diese Landung bedeutet, dass die Menschheit langfristig hier bleibt. Und wir kämpfen ab sofort an unserer Heimatfront. Ich sehe das genauso, Ryder. Sie haben unsere Unterstützung. Pathfinder, bringen Sie diese Nachricht direkt zum Archon. Haben diese Kett eine Ahnung, wie entschlossen wir sind? Können Sie Ihr Pech überhaupt begreifen? Kontrolle behalten. Keine Fehler! Ihr Schiff ist abgestört. Mal weiter. Sammeln und Aufstehen sind dadurch sehr viel einfacher. Aber wie Sie sehen? Sie werden unsere Geschlechte niemals erhalten. Der Archon verlangt das Tier stark. Machen uns jetzt an die Sicherung der Systeme der Archon. Stabilisieren die Kerne, die in uns schaffen. Seien Sie vorsichtig. Es war ein langer Flug. Achso? transp kilograms! Pulsang! J complained aber nicht Ah! Stabilisieren die Mischung der Unterricht! Passt. Nicht schंnen die Teologin. Ich liebe den Sniper. Ich hätte den schon hier früher. Ich habe den Sniper. Ich habe den Sniper. Was ist denn? Ah, da unten. Im Moment sind wir sicher. Wie tief können wir vorstoßen, bevor wir wieder im Weltraum sind? Wir werden's rausfinden. Los, sichert die adaptive Matrix. Der Archon? Weiß er, dass das übertragen wird? Er ist in Saras Kopf. Wir sind ein Relikt, aber es greift nicht an. Was soll das? Es zeigt uns den Weg, um uns zu führen. Das kann nicht der Archon sein. Haben das alle gesehen? Türen, die sich schließen. Jemand treibt uns voran? Vielleicht der Archon? Wer sollte es sonst sein? Noch mehr Türen. Vielleicht hat Sarah einen Weg gefunden, uns zu helfen. Ryder, die Benutzung von Relikten fügt Ihnen Schmerzen zu. Bereite die erneute kortikale Analyse vor. Raus aus meinem Kopf! Du bist ohne Bedeutung. Ich werde deine Verbindung benutzen. Verdammt! Sind Sie sicher, dass das fällt? Unsere Heimat ist auf der Oberfläche geparkt. Wir können jetzt nicht aufhören. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sehen Sie sich das alles an? Es ist überwältigend. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es in Andromeda so viele Wunder gibt. Ich war schon überall. Aber alles Mögliche getötet. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Bereit, Pathfinder? Es ist ein Tor zu allem, was wir wollten. Ich war noch nie so bereit. Bringen wir einfach alles um. Drag, jawoll. Ich liebe diesen Kroganer. Die Verbindung steht. Ich spüre es. Da. Meridian. Das Netzwerk. So nah. Wir müssen das verhindern. Los! Du bist hier. Deine Auflehnung gegen mich wird langsam lästig, Pathfinder. Hey Bruder. Da bist du ja. Wie fühlst du dich, Sarah? Geht schon. Aber dein Job ist echt schmerzhaft. Es war tapfer, aber sinnlos. Deine Verbindung nützt mir. Es funktioniert so. Der Verstand wird auf die Denkweise der Reliktschöpfer eingestimmt. Was schmerzhaft ist. Aber diese Bürde überlasse ich ihr. Veridian behalte ich trotzdem. Ich werde übertreffen, was du zu sein vorgibst. Dafür wird ihnen keine Zeit mehr bleiben. Sie übertreffen niemanden, Arshon. Ihr lernt durch Zufälle. Ich bin der genetische Erbe. Tausender Spezies. Zeigt keine Gnade. Tötet sie! Ach ja, Fanatiker. Ja. Ich liebe sie einfach. Er nutzt immer noch Sarahs Implantat. Der Energiefluss ist gewaltig. Können Sie das überleben? Mich interessiert nur eine von ihnen. Ich halte das nicht mehr lange durch! Du musst ihn aufhalten! Ich bin die Zukunft! Ich bin die Zukunft! Wir haben Besuch! Ha! Oh nein, 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 nein! Er... Scheiße! Er hat Zugang! Ich sehe das Netzwerk. Sie waren Architekten des Lebens. Du hast nichts befehligt. Dank mir ist der Cluster für tausende bewohnbar. Nein. Du hast alle die Tod geführt. Ja! Ja! Oh nein! Natürlich! Natürlich. Ich habe genug. Es endet jetzt und hier. Knöpfen Sie sich den Rest vor. Sarah, mach dich bereit. Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Ich habe dich längst übertroffen. Du bist erbärmlich. Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Das hier ist erst der Anfang, Haarfeinder. Alles, was du liebst, wird brennen. Wo ist das verdammte Relais? Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Das ist doch da hinten das. Ah, Verstärkung. Die Velikte gehorchen jetzt mir. Mir! Ja, endlich. Das Energierelais, der nachkommt, ist hinter einem Abgrund. Wir brauchen eine Brücke. Ich versuche diese Beleidigung nicht länger hin. Tötet sie! Alles klar! Geschafft! Ich bin auf dem Weg zum Relais. Nicht nachlassen! Das Relais ist da vor mir! Der Aufstieg ist so gut für euch! Ich ziehe mein Angebot zurück! Ja, wie komme ich da rüber? Ja, das Relais ist da vor mir! Wenn ihr euch nicht beugen wollt, wird alles um euch herum brennen! Machen Sie sie fertig, während wir vorrücken! Nicht anhalten! Es gibt keine Welt, auf der ihr euch verstecken könnt! Kein Entkommen! Komm schon! Ja, hallo! Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Jeder Außenpost, jeder Kolonist, jede Welt, die ihr betreten habt, wird ausgelöscht! Noch ein Abgrund! Ich sehe hier nirgendwo ein Interface! Bleib, wo du bist! Ich versuche, die Katzen hochzufahren! Ich versuche, die Katzen hochzufahren! Und du wirst dafür verantwortlich sein! Aber wir dürfen nicht scheitern! Deine Entwägen ist das alles unvermeidlich! Dein Widerstand ist dafür verantwortlich! Eure Leute werden battlen! Doch es wird keine Gnade geben! Ja, ja! Geh mir nicht auf den Keks! Munition! Das alles wird in Feuer und Blut enden! Komm schon! Und... Es wird sein, als wärt ihr nie hierherbekommen! Als hättet ihr nie existiert! Das hier ist dein Werk! Jüudes Verlorene! Jüudes Verlorene! Die müssen sich beeilen, Herr Feinder! Die Anstrengung wird zu viel! Der Nav-Punkt liegt vor uns! Radieren sie sie aus! Ihr haltet euch für etwas Besonderes? Wir haben unzählige Spezies aufsteigen lassen. Komm schon! Der Nachtpunkt liegt vor uns! Radieren Sie sie aus! Ich bin in Reichweite! Leg das Relais frei! Ich versuch's! Ich... Die Pflicht auf! Wir haben ihn fast! Ich geb's schon nicht auf! Bleib wo du bist! Dachten Sie etwa, Sie hätten den ganzen Spaß für sich allein? Wir wollen ihm auch in den Arsch treten, Pathfinder! Die Pflicht auf! Man hat ihn auf dem Weg! Ich hab ihn schon mal! Nach einem anderen Weg! Wird er bewusst sein! Ich hab ihn nicht vor... Ich hab ihn nicht vor! Liebten Sie? Ich hab's freigelegt. Greif da oft zu und schalte es ab. Endlich. Das Relais ist deaktiviert. Wo bringe ich es zu Ende? Eins noch. Nur eins. Sarah! Sarah! Wir haben keine Zeit mehr, Pathfinder. Machen Sie schnell. Das ist nicht das Ende. Ich habe das Netzwerk. Wir müssen uns zu dem Energierallais durchkämpfen. Erwischt. 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 Habe ich ihn erwischt? Der hängt ziemlich in den Seilen. Meridian ist... online. Ne mega Light Show. Echt? Sie übertragen einfach alles. Ich war besorgt, aber du hältst deine Versprechen. Was auch passiert, ich komme immer zu dir zurück. Spielsatz und Sieg Spielsatz und Sieg Spielsatz und Sieg